Sag mal, kann es sein, dass Arno noch eine dritte Tochter hatte? Wie? Wie kommst du denn da drauf? Na ja, dieses Mädchen läuft in einem Foto und hier steht, dass sie zur Adoption freigegeben wurde. Der Brief ist total angekokelt. Deswegen kann man die Anrede nicht mehr erkennen. Das ist wahrscheinlich bei dem Brand in Arnos Haus passiert. Ja, möglich. Kein Hinweis auf Absender oder Adressat. Ja, aber was würde das denn bedeuten, dass Arno sein eigenes Kind weggegeben hat? Na ja, zumindest liest es sich so. Hier steht, wir sind froh und unendlich dankbar, dass sie uns ihre Tochter, Bella, anvertraut haben. Glaubt ihr, Arno würde seine eigene Tochter zur Adoption freigeben? Ganz verstehe ich das auch nicht. Na ja, wir können ihn ja auch nicht mehr fragen, denn er ist ja nicht mehr da. Er fehlt mir so. Er fehlt uns allen. Alles klar, Uli? Was hat das alles zu bedeuten? Oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Guck dir die an. Irgendwie seltsam, sich vorzustellen, dass die beiden mal ein Paar waren. Ja, ist doch irgendwie seltsam, in Sachen vom Toten rumzuwühlen. Gerade deshalb können wir es Charlie nicht zumuten. Sie hat mich schließlich drum gebeten. Na ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar Spacier-Anzüge aus den 70ern. Oder noch mehr seltsame Hinweise auf suspekte Familienkonstellationen. Du denkst immer noch über diesen Brief nach? Ja. Und das Foto. Ich meine, das ist doch alles mehr als merkwürdig. Du glaubst doch jetzt nicht wieder, dass an diesem Hinweis von Arno irgendwas dran ist, dass du eine Schwester hast. Du hast Charlie doch geglaubt, dass Arno das in irgendeinem verwirrten Zustand geschrieben hat. Ja, schon, aber... Ich hab trotzdem ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich ans Charlie's Todesblick denke, bevor Arno ihre Version bestätigt hat ist. Und wieso war dann in Arnos letzten Brief an dich kein Hinweis mal auf irgendeine Schwester? Und vor allem, wieso sollte bei Arno irgendein Foto von ihr rumliegen? Genau das ist das Rätsel. Olli, selbst wenn du eine Schwester hättest, dann wäre sie in einer ganz anderen Zeit geboren, als deine Familie und Arno noch gar nichts miteinander zu tun hat. Keine Ahnung, was da wie zusammenhängt. Wenn überhaupt irgendwas zusammenhängt. Charlie müsste es wissen. Charlie würde dir vor allem nichts verschweigen. Guck mal. Tada! Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich macht es einfach keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken. Arno kann mir hier nichts mehr beantworten. Ich gehe da mal unten gucken, ob da noch mehr Sachen sind. Kommst du mit? Ich mache hier weiter. Tja. Was ist denn los? Das hier ist das Gerümpel von Generationen von WG-Mitbewohnern von ziemlich gruseliger Stab. Oh, danke. Und? Irgendwas heißt es dabei? Nein. Jedenfalls keine silbernen Plateauschuhe oder Wasserpfeifen, falls du das meinst. Schade. Ist wahrscheinlich alles bei dem Brand draufgegangen. Nur Arno's gesammelte Sackos aus den letzten Jahren. Inklusive Mottenlöchern. Jetzt passt doch mal auf. Tut mir leid. Das gibt's doch nicht. Was ist los? Olli. Olli, kannst du jetzt mal sagen, was mit diesem Glas ist? Voilà. Hatten wir das Ding nicht in die letzte Ecke von unserem Schrank gestopft? Auferstanden aus Ruin. Ja, und hässlich. Ist es nicht, aber darum geht's auch gar nicht. Und warum dann? Guck mal. Ja, was? Oben, links, in der Ecke, neben dem Apfel. Ein Fleck. Christian, das ist kein Fleck, das ist ein Erdmännchen. Dieses Baby auf dem Foto und ich, wir hatten das gleiche Kuscheltier. Es gibt also doch eine Verbindung zwischen uns. Das ist also das gleiche Erdmännchen? Ja. Und was siehst du jetzt für einen Schluss daraus? Dass das Baby auf dem Foto doch meine von Arno erwähnte Schwester sein kann. Um wie viele Ecken muss ich denken, um diese Möglichkeit zu erkennen? Zugegeben, es ist kompliziert, aber es ist nicht unmöglich. Aber total unlogisch, Olli. Wir waren uns doch schon einig, dass eine Verbindung zwischen deiner Familie, Arno und Isabella, überhaupt nicht sein kann. Deine Familie kannte Branden das überhaupt nicht. Und warum hat dieses Baby dann das gleiche Kuscheltier wie ich? Weil viele Eltern ihren Kindern Kuscheltiere schenken? Das ist ein Massenprodukt, ein Zufall. Christian, das ist mir ein Zufall zu viel. Kurz vor seinem Tod spricht Arno plötzlich von meiner Schwester. Dann taucht ein Brief auf, in dem von Adoption die Rede ist. Und jetzt auch noch ein Foto, in dem Lumpi auf dem Regal steht. Lumpi? Ja, ein sehr süßer Erdmännchen-Name, wie ich finde. Und jetzt? Jetzt werde ich rausfinden, wie das alles zusammenhängt. Was hatte Arno mit diesem Baby zu tun? Wer sind seine Eltern? Und vor allem, wer ist Bella? Ja. Okay. Ja, gut. Dann danke. Bis bald. Ja, und? Susanne Brandner konnte eindeutig bestätigen, dass Arno's Frau Iris zu dem Zeitpunkt weder schwanger war, noch ein Kind zur Adoption freigegeben oder weggegeben hat. Was zu erwarten war. Christian, du tust so, als hätte ich komplett einen an der Klatsche. Und ich erzähle mal zu, so wie du dich im Moment... Ja, klar, was gibt's? Okay, ich sag's einfach. Ja, tu das. Ich kann ab nächster Woche nicht mehr bei dir arbeiten, weil ich meine Ausbildung bei LCL beginne und ich hab das total verplant, es dir früher zu sagen. Ja, es ist natürlich schade, dass wir dich hier verlieren, aber das kriegen wir schon hin, keine Panik. Dankeschön. Vielerfalls für den neuen Job. Ich hoffe es, das ist das Richtige für mich. Also, ich mach dann mal weiter. Ja, Leonie? Ja? Du, ganz kurz, es geht um Arno. Hat er vielleicht irgendwo mal was angedeutet, dass er ein Kind zur Adoption freigegeben hat? Was? Ja, 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 ich weiß, das Kind bescheuert, aber irgendwas in der Richtung. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass Opa sowas gemacht hätte. So denn? Vergiss es einfach, danke. Sie hat recht, das passt nicht zu Arno. Pass auf, ich hab's. Warum rufst du nicht einfach deine Mutter an und fragst sie, wer dir dieses... das kleine, das komische Erdmännchen da geschenkt hat. Hm? Das ist ausnahmsweise tatsächlich ne gute Idee. Hallo Mama, ich bin's. Ja, ja, alles gut. Äh, du ganz kurz nur. Erinnerst du dich noch an Lumpi? Genau, mein kleines Erdmännchen. Äh, du, hast du mir das damals geschenkt? Nein. Wer war das denn dann? Du, Mama, danke. Ich... Ich merke mich wieder. Ja, Grüße auch von Christian. Ciao. Es war Charlie. Das heißt, Charlie hat damals schon das Kind gekannt, sonst hätte sie ihm nicht das gleiche Kuscheltier geschenkt wie mir. Vielleicht, Oli, aber vielleicht... Kein ist aber. Christian, dieses Mädchen ist vielleicht wirklich meine Schwester. Oli, kannst du dich jetzt mal bitte wieder beruhigen? Nein, das kann ich nicht. Entweder meine Mutter oder mein Vater. Einer von beiden ist fremdgegangen und Charlie hat davon gewusst. Oli, wahrscheinlich ist sie deswegen so überstürzt abgereist, damit sie mir keine Antworten auf meine Fragen geben muss. Aber sie hat etwas gewusst. Christian, da draußen darf vielleicht irgendwo meine Schwester rum. Da kann ich hier doch nicht untätig umsetzen. Hörst du eigentlich noch, was du da redest? Was ist denn das? Irgendjemand von deinen Eltern ist vielleicht fremdgegangen. Dabei ist ein Kind entstanden, was irgendwie Arno kannte. Der es aber zur Adoption freigegeben hat. Und Charlie wiederum hat davon gewusst, aber hat es dir verschwiegen. Was ist denn das für eine Konstruktion? Das mit irgendeinem Babyfoto und irgendeinem Lumpi da drauf? Oli, bitte. Ach, Oli, pass auf, dass du dich nicht verrechnest, wenn du die ganze Zeit nur an deinen Lumpi denkst. Ach, Christian, du nimmst mich nicht ernst. Doch. Ich mach dir jetzt erst mal einen Café. Hey, Christian. Ach, hey. Danke. Hallo, Oli. Hey. Hey. Ich mach hier gerade die Endabrechnung für Leonid fertig. Ja, ich hab schon gehört, wirklich schadet, dass ihr geht. Hey. Wer ist das denn? Bist du das? Nee. Aber ähm... Ja? Findest du, dass es mir eben nicht sieht? Boah, das wirklich schon zu sagen. Na ja, doch, vielleicht so um die Augen. Wieso? Ja, so. Wer ist denn das süße Ding? Um ehrlich zu sein, ich hab keine Ahnung. Oli, wieso hast du ein Foto von dem Baby, das du nicht kennst? Schwer zu erklären. Hier, fertig. Danke. Okay, dann bis später. Bis dahin. Tschüss. Bis. Du konntest es nicht lassen. Ich spüre einfach, dass da was dahinter steckt, was mit mir zu tun hat. Was hat Schali denn gesagt? Ach, nichts. Sie hat ja noch nicht mal ihre Mailbox eingeschaltet. Sie ist ja auch an der Nordsee, um sich zu erholen. Da ist man nicht die ganze Zeit erreichbar. Oder sie will schlicht und einfach nicht mit mir reden, weil sie genau weiß, was ich sie fragen will. Oli, ich verstehe, dass du durcheinander bist, weil diese ganze Sache ziemlich komisch ist. Aber? Aber wir wohnen seit Ewigkeiten mit Schali Tür an Tür. Und ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die dich jahrzehntelang belügt. Das ist nicht unmöglich. Oli, nichts ist unmöglich. Aber gehen wir mal einen Moment davon aus, dass die Sache wirklich so ist. Dann würde sie dir jetzt auch nicht die Wahrheit erzählen. Nur weil du ihr irgendwas von so einem Erdmännchen erzählst. Gut. Dann muss es eben einen anderen Weg geben, rauszufinden, wer und von wem dieses Baby ist. Und welchen? Willst du jetzt vielleicht ein Labor beauftragen, der den Brief auf DNS-Spuren untersuchen lassen? Nein, aber... Ja? Christian, wenn es einen Brief gibt, dann muss es auch einen Umschlag geben. Arno hat alle Briefe in Umschlägen aufbewahrt. Ja, und? Vielleicht hat er diesen Umschlag ja noch irgendwo in seinem Nachlass. In einer der vielen Kisten. Und du willst jetzt, dass wir den Kram durchsuchen? Ja. Und wenn es da was zu finden gibt, dann finde ich das auch. Hey. Hey, ich mach uns mal Tee. Jessie, äh, hast du die ganzen Sachen durchgesehen? Ja, also, ziemlich alles. Was hätte da vielleicht irgendein Umschlag in die Hände gefallen? Du warst wegen dem Brief und dem Babyfoto? Du wolltest wissen, an wen er war. Genau. Tut mir leid, ich glaub da war nichts dabei. Tja. Dann durchsuchen wir halt alles nochmal. Vielleicht hat Jessica ja irgendwas übersehen. Na, was ist denn mal los? Papa. Was denn? Vielleicht brauchen wir den Umschlag gar nicht. Olli, was hast du jetzt schon wieder? Ich brauch einen Bleistift. Und wofür? Olli! Schau her! Beim Beschriften des Umschlags müsste sich eigentlich ganz leicht die Schrift durchgedrückt haben. Auf den Brief. Genau. Und mit etwas Glück scheint hier gleich der Name des Empfängers. Wenn dieses Baby wirklich meine Schwester ist. Dann sehen wir gleich den Namen des Vaters oder der Mutter. Ich wünsche dir Channel. Ich wünsche dir das. Der Moment wiederholt. Ja, ich wünsche dir das. Und der Moment mehr weinig. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das. Ja.